Ich probier mal was. Vielleicht kriegen wir das ja auch so hin. Aber wahrscheinlich sehen die eifrigen Bürger das hier wieder im Busch, ne? Geh mal weg hier! Hey! Der Weg ist frei. Ich mach nie wieder einen von diesen schäbigen Nebenquests. Oh. Cool. Aber, das gesamte Bargeld vom Händler mitnehmen ist okay. Das ist gar kein Problem. So, okay weiter geht's. Wehe, da muss jetzt noch irgendwo irgendwas, dann eskaliere ich aber in alle Richtungen. So, was jetzt? Lang genug, um an ihre Sache zu glauben. Oh, bitte sag mir das das Ziel hier irgendwo. Nicht noch einmal, bitte. Gibt es eine Gefahr zu bewältigen? Vorzugsweise von dir. Das kommt mir ja bekannt vor. Na ja. So viel zu deiner Beschaffung. Hä? Hä? Nee. Das wär dumm. Oh. Glaubst du, sie kommen heute pünktlich? Wie viel waren sie gestern zu spät? Eine Stunde? Haben wir noch Messer? Doch, wir haben wieder Messer. Huch, worum das denn her? Oh nein. Was ist denn da passiert? Die armen Kollegen. Hä? Die sind verbrannt wie normale Menschen bei einem normalen Unfall. Wir haben auch nicht. Es ging ein bisschen besser jetzt. Hier war aber auch nicht so scheiße wie in diesem komischen unter dieser Brücke, wo wir nicht sein dürfen. So. Ah. Haben wir es jetzt, bitte? Ja. Nun sind wir sicher. Du hast meinen Dank und mein Vertrauen. Cool, endlich. Das hab ich mir immer gewünscht, seit Spielstart. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Hurra. Zwei Gefallensmünzen der Macht. Jetzt ist aber vorbei. Ganz ehrlich, jetzt, das war's mit diesem komischen Neben. sinnlosen Lebenaufgaben. Die bringen uns einfach gar nicht weiter. So, wir wollten ursprünglich, warte, warte, wir hatten markiert, ne? Achso, erstmal hol ich da ein kleines Artefakt, das mach ich. Weil wir es können. Nadine, der Befehlshaber. Ich kenne einen Nadine. Ich kenne einen Nadine. Na, warte. Ähm. Warte da. Ding, 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 ding. Ne. Ding, 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 ding. Ach, hier darf ich wieder nicht sein. Und der Typ ist wieder hinter der Mauer. Geh weg. Das Maul. Was? Ah, okay. 54 Meter. Okay, wir müssen doch da rüber. Keiner wird merken, dass wir das waren. Wir kommen aber gar nicht rüber, ne? Wir kommen da gar nicht rüber. Ich glaube, ein paar Kniffe konnte ich mir abgucken. Was mit dem? So, warte, wo müssen wir denn überhaupt hin? Unser Questziel ist gar nicht mehr markiert. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ich schau mal kurz. Ich schau mal kurz auf der Welt nach. Wir müssen... Boah, die Quest gerade hat mich eben durchgemacht. Nachforschung. Ich würde einfach mal... Ich weiß nicht mehr, welches es war. Das hier? Asch-Shark-Gear? Finde-Full-Art. Nehmen wir das mit. Okay, warte. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss hier durch. Entschuldigung, ich bin Landarzt. Entschuldigung. 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 Oh, warte. Entschuldigen Sie. Sir, es tut mir leid, Sir. Sir, Sir, Entschuldigung, Sir. Sir, Entschuldigung. Ciao, Entschuldigung. Muss mal durch. Entschuldigung. Moment. Oh. Was ist gerade im Chat los? Ich... Oh Gott, oh Gott. Einmal guck ich auf den Chat und fall sofort in mein Verderben. Warte, warte. Warte. Ich schau gleich mal. Wir haben gerade... ...nervenaufreibende Dinge hinter uns. Warte, warte. Chat, ich schau gleich. Hallo YouTube, ich schau auch gleich. Und wir haben noch eine Scherbe. Die lassen wir uns nicht hingehen. Warte. 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 Ich will die Scherbe. Warte. Oh, ich seh gerade. Tobias, Dankeschön. Lieber Tobias Huch. Vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön, ihr Lieben. Was? Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Ich nutze die Gelegenheit mal ganz kurz. Und ich glaube... Ich glaube, es gab einen goldenen Kappertrain bei euch, ne? Wenn ich das gerade sehe. Sehr diskret gerade im Chat. Sehr diskret. Was denn? Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Wer ist das mutige Eichhörnchen da oben? Er ist kein Eichhörnchen. Er heißt junger Adler. Wir hätten ihn nicht anstiften sollen, da hochzuklettern. Aber er hat so angegeben. Jetzt bekommen wir alle großen Ärger. Ich hole ihn da runter. Oh no. Äh, wo runter? Wo ist denn der? Ähm. Ne, warte mal. Das ist das Haus der Bruderschaft, ne? Ja, ich wollte... Wo ist denn... Wo ruft sie denn hin? Seht ihr da oben irgendeinen Kind? Alles klar. Alles klar. Danke nochmal für den Raid. Vielen Dank. Und herzlich willkommen. Wir spielen gerade... Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Das. Also, warte. Der Junge ist ein guter Kletterer. Ja, du nicht so, ne? Wie ich gerade sehe. Du sollst doch da rumgehen, Mann! Jetzt... Manchmal mit seinem Klebefuß und so. Ich springe, wenn du noch näher kommst. Ja, ist mir doch egal. Hä? Ich hole mir nur einen Schatz hier drin. So. Offenbar springe ich auch. So. Jo, wie geht's? Ich heiße Basim und bin hier hochgeklettert, ohne nachzudenken. Kannst du mir helfen, runterzukommen? Als ich so alt war wie du, habe ich meine Freunde auch mit Dummheiten beeindruckt. Freude noch. Ich habe es nicht für sie gemacht, sondern für die Verborgenen. Ah, die Verborgenen. Was? Nicht alle glauben an sie, aber ich schon. Sie sind die wahren Beschützer des Volkes. Sie haben meine Mutter gerecht. Nicht der Kalif oder seine Männer. Die Verborgenen waren es. Verstehe. Und du dachtest, mit Klettern erregst du ihre Aufmerksamkeit. Es heißt, sie können aus großen Höhen springen, ohne sich wehzutun. Aber so etwas kann ich nur machen, wenn es mir jemand vormacht. Meinst du, du könntest es, wenn ich es dir zeige? Wenn der Junge jetzt daneben springt, ich deinstalliere das Spiel. Aber es wäre auch ein bisschen lustig. Oh Gott. Oder wenn wir jetzt daneben springen. Siehst du? Ich bin unverletzt. Jetzt du! Ich kann nicht. Und ob du kannst, denk nicht zu viel nach. Du musst nur an dich glauben. Es geht mir gut. Einen Moment. Bist du verletzt? Na gut. Nichts gebrochen. Hallo Kinder. Hier ein toller Tipp für euch. Du lernst wirklich schnell. Sag ich doch. Ich kann alles, wenn es mir nur jemand vormacht. Das ist ein wertvolles Talent. Besorg dir einen guten Lehrer, ehe du wieder so etwas gefährliches machst. Du könntest mich lehren. Ich bin kein Lehrer. Ich habe selbst noch viel zu lernen. Doch, du bist ein guter Lehrer. Du machst Sachen vor. Bist du... Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen. Dann reden wir. Meine Stimme bricht, wenn ich weiter hervorlesen muss. Das war großartig. Oh. Junge Adler. Hä? Fertigkeitspunkt? Darf es den Lingen an die Fertigkeitspunkte geben? Ich verstehe. Ich muss nochmal ganz kurz hoch. Ich muss nochmal ganz kurz hoch. Warte. Wir haben da oben noch etwas zu erledigen. Das aufmerksame Auge wird gesehen haben. So. Warte. Haitham heißt junger Adler. Oh, Fokus. Verlassen. Hä? Wie Fokus. Achso, warte. Ach. Der Haitham aus Valhalla war das? Sein äh späterer Begleiter? Ist das der? Okay, okay. Das ist halt... Das ist ja super nice. War der so viel jünger? Ich weiß es gar nicht. Aber wie super nice. Hä? Wie cool. Ja, das Basis aus Valhalla ist... Das wissen wir ja. Aber das mit... Das ist ja cool. Hä? Voll nice. The more you know. Okay, warte. Hier nochmal schnell. Wunderschön, wunderschön. So, warte. Wo ist denn jetzt... Wir müssen da runter, ne? Fokus. Hier ist aber ein bisschen schwieriger. So. Jetzt aber. Plumps. Ich bin froh, dass wir die Nebenquests hier gemacht haben. Aber keine von diesen, ähm... Anschlagquests. Die mach ich nicht mehr. Das ist vorbei. Das läuft nicht mehr. So, wir müssen... Entschuldigung, ich muss nochmal durch. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Guten Abend. Darf ich mal durch? Ich muss mal vorbei. So. Oha. Da geht's ja heiß her. Ach, der Ali wieder. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf den Platz hingerichtet. Und dein Rafiq will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen? Ali. Ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Und ich gehöre nach Jarjarajar zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Äh, der Ali. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Aschar Kiyah. Dieser bezahlte Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Hm. Sag mir, wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Aschar Kiyah steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar aller Mut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jarjar-Eliar und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Hm. Hm. So, wir sputen uns. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Bitte keine Begleitquests. Hör, noch einen Fertigkeitenpunkt. Warum denn das? Einfach so? Okay, was mal nie schön ist. Ein Hinweis zu unserer Abmachung. Meine Brüder im Schatten. Das Geflüster ist zu stille geworden. Doch wie geduldige Fischer werfen wir weiter unsere Netze aus und warten. Seid versichert, dass wir in unserem Teil der Vereinbarung festhalten. Was nun in euren betrifft. Wir benötigen unverzüglich eine neue Lieferung. Unser Leben und der Erfolg unseres Auftrages hängen davon ab. In Verbundenheit der Löwe der Freiheit. Mh, okay. Oh, ja, dankeschön. Ja, der Löwe der Freiheit hat Essen bekommen. Ja. War da kurze Gespräch noch? Ich habe ein paar Fragen. Ich hoffe, ich habe Antworten. Ach so. Wir fragen mal nach den Aufständischen. Was wollen die Aufständischen? Du selbst kennst die Kluft zwischen Arm und Reich nur zu gut. Viele sind die Ungerechtigkeit leid und wollen etwas verändern. Am Anfang waren es hauptsächlich Sklaven. Doch inzwischen unterstützen Händler, Reiche und selbst einige Adlige Alis Sache. Und Ali will sie anführen, um das Abbasiden-Kalifat zu stürzen? Ali glaubt, dass die Besten herrschen sollten. Nicht die Reichsten oder die Hochgeborenen. Ironischerweise hält er sich selbst für den Besten. Und behauptet, aus der Familie des Propheten zu stammen. Erzähl mir von den Sandsch. Eine bittere Geschichte. Die Sandsch wurden aus ihrer Heimat am Horn von Afrika geraubt, um hier auf den Feldern der Reichen zu arbeiten. Also sind sie Sklaven? Sie werden bezahlt, doch sie sind nicht frei. Wie alle Menschen wollen sie über ihr Leben selbst bestimmen. Was weißt du über Jar Jar Raya? Ein kleines Dorf im Süden, wo Arm und Reich aufeinander treffen. Die meisten Sandsch sind dort. Es ist auch die Zuflucht vieler, die auf der Suche nach Arbeit nach Bagdad kamen und scheiterten. Kein Wunder, dass Ali dort Unterstützer fand. Ja, es gibt kaum einen Ort, wo die Kluft zwischen denen, die alles haben, und denen, die nichts haben, so groß ist. Was ist mit dir, Fulat? Wie kommst du zu den Verborgenen? Diese Geschichte sollte nach einem guten Mal an einem Lagerfeuer erzählt werden. Willst du mir gar nichts sagen? Einfach Mowgli. Ja, das reicht mir jetzt einfach. Ich habe die Gelegenheit genutzt, kurz viel zu heiße Chicken Chips mich reinzuschlingen. So. Hier nochmal ein schönes Gespräch, aber ich glaube, das ist eher so zum Basteln hier wieder, ne? Ah, ja, 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 wie immer. Okay, ciao. Tschüßen. Tschausen, bin draußen. Wie der Sommerwind muss sich sausen. Ähm, haben wir hier oben noch interessante Zettelchen oder wieder irgendwelche Schriftstücke, wie in der anderen Niederlassung. Hier ist nichts. Okay. Keine schöne Geschichte. Tja, schade. Keine schöne Geschichte. Zum Glück, sonst hätte ich wahrscheinlich gesabbert beim Vorlesen von meinem leckeren Mampf, den ich soeben verköstigte. So. Wir haben manchmal hier zu Hause, ja, wir haben manchmal unsere, beide unsere Sumis, also die Tati und ich, ähm, und manchmal haben wir diesen, ich weiß nicht, wie man es nennt. Kniebeugen, so wichtig für die tägliche Fitness. Er macht's einfach vor. Gutes Vorbild. Ciao, danke dir. Das hat mich wieder inspiriert. Ja, 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 entschuldige bitte, dass ich mal ganz kurz eben Lust wann bitte. Äh, wir haben manchmal unsere Anfälle, dass wir, äh, Sachen, ich sag, wie soll ich das sagen, höchst eloquent formulieren. So, oh, welch Speise gibt es heute zu verzehren? Ja, so in der Richtung. Einfach just for fun. Es ist immer, äh, es ist immer sehr lustig und es ist, äh, gleichermaßen auch furchtbar. Und wir müssen das mal irgendwann, eigentlich irgendwann in der Öffentlichkeit machen. Just, ne, vorher absprechen und irgendwo beim, beim Essen oder so, wenn wir eingeladen sind oder sowas. Die große Garnisou. Ah, wir sind ja schon vorlesen. Ich, äh, ah, oh, cool. So. Wo ist denn das Vorleseding? Oh, Mist. Hi, ich bin's. Guten Tag. Ich bin wieder sehr diskret. Das Heer der Abbasiden. Die Abbasiden-Kalifen unterhielten ein umfangreiches Berufsheer. Seine Hauptaufgaben bestanden eher in der Verteidigung und weniger in der Erweiterung der Grenzen des bereits enormen Imperiums, sowie in der Sicherung des Fortbestandes der Dynastie. Entsprechend der ethnischen Diversität des Abbasidenreiches setzte sich das Heer des Kalifen aus Regimentern verschiedenster Volksgruppen zusammen. Im 8. Jahrhundert stellten Soldaten aus Khorasan, Ostiran und Usbekistan, welche den Aufstieg der Abbasiden unterstützt hatten, den Hauptteil des Seeres, während in anderen Einheiten Araber aus anderen Garnisonsstädten und Krieger der Zansch aus Südostafrika vorherrschten. Im 9. Jahrhundert wurden die Khorasani, die nach ihrer Beteiligung am Bürgerkrieg von 811 bis 813 als zu gefährlich angesehen wurden, durch Gilman-Regimenter aus versklavten türkischen, sklavischen und kaukasischen Soldaten ersetzt. Oh Gott. Diese Berufsarmee zählte Zehntausende von Soldaten, die vor allem in städtischen Unterkünften überall im Imperium wohnten. Eine kleine Mehrheit von ihnen waren Fußsoldaten, die mit Speeren, Echsen, Kompositbögen und runden Helmen ausgerüstet waren. Der Rest war eine Elite-Kavallerie, bestehend aus Reitern in Kettenrüstung, die mit Speeren, Echsen, Krummschwertern und Bögen bewaffnet waren. Im Kampf preschten diese hinter einer Wand aus Infanteristen hervor, um vernichtende Angriffe auszuführen. Die meisten Kampfhandlungen waren jedoch kleine Überfälle im Grenzgebiet und Belagerungen, bei denen einige hundert aber sieben Soldaten gegen ähnlich ausgestattete Truppen aus Byzanz, Tang oder Nordafrika kämpften. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass die neuen Berufssoldaten ebenso darauf aus waren, sich finanzielle und politische Vorteile zu sichern, wie deren Vorgänger die Khorasani. Als Kalif al-Mutawakil 861 versuchte, ihn diese Vorteile wegzunehmen, wurde er von seinen eigenen Wachen ermordet. Darauf folgte eine Zeit der Anarchie, in welcher verschiedene Militärfraktionen um Einfluss und Kontrolle rangen und dabei Kalifen stellten und stürzten. Nach dieser chaotischen Zeit kam das Abbasidenreich nie wieder völlig zur Ruhe. Hier haben wir ein gerades Schwert des zentralasiatischen Typus, ein bisschen verrostet, Entschuldigung, es waren ein paar Jahre, aus dem 9. Jahrhundert. Wie kann es das überhaupt noch geben? Das müsste längst zerfallen sein. Also, meinem Verständnis nach, krass, wie lange das überdauert. Heilige Scheiße. Das ist echt, ja, das sind wirklich Fotos, die, ne, das sind echte Fotos hier aus dem Museum, Museum of Art aus New York. Ähm, das sind echte Bilder. Also, so sehen die halt quasi heute aus. Aber dass es die überhaupt noch gibt, ist krass. Wow. Einfach wow. So, okay, wir gehen mal zum Tor jetzt. Wieso rufen die denn immer, wenn wir vorbeigehen? Die haben was gegen uns persönlich. Babasch, Scharki. So, darf ich ja bitte durch, die Herren. Dankeschön. Mann, 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 Mann. Ich gehe gerade weg. Hey, das ist nah genug. So. Ali. Ich, ich bin bereit. Nach Jar Jar Binks. Okay, warte kurz. Ali, warte kurz. Oh, das Pferd, oh, das zwickt zwischen meinen Schenkeln. Ich nehme meinen Reisebus. Ich reise unauffällig. Ich reise unauffällig. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch. Wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Doch ich war nicht frei. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist, bist du freier? Das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe es besser als du. Wohl kaum. Er redet von Egoismus und alles für sich selbst zu tun, nur um frei zu sein. Ja, aber wir reden von Gemeinschaft und eben auch Gesellschaft. Weil wir vielleicht nicht alleine auf der Welt sind, sondern eben in einer Gesellschaft leben. Wo es auch andere Menschen gibt. Wo man vielleicht auch mal gegenseitig was für sich tun kann. Und nicht nur immer, um sein eigenes Fortkommen irgendwie zu sichern. Oder nur auf die eigenen Vorteile zu bedacht sein. Finde ich ein bisschen komisch, diese Ansichtsweise. Was? Ach, Zivilisten. In Jar Jar da ist er nicht mehr sicher. Ach, wegen der Fremden, ja. Hi. Wenn du wahrhaft frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem. Niemand herrscht über mich. Ich bin frei. Ich weiß nicht, was du bist. Ich bin Jens. Weil gerade gefragt wurde, das Pferd passt überhaupt nicht ins Setting. Das ist richtig. Es ist ein Pferd aus dem Shop. Ja, wir haben heute ein paar Shop-Sachen ausprobiert. Ich muss nochmal irgendwann zur Sattelei gehen und uns ein normales Pferd wieder aussuchen. Und deswegen gibt es diese Sachen eben nur im Shop, weil die eben nicht ins Spiel passen. Es wäre merkwürdig, wenn die da überall rumstehen würden. So Drachenpferde und so. Das wäre ein bisschen weird. Gebe ich dir recht. So. Okay, wir sprechen mal. Weißt du was? Ich will mich vorher auch noch umziehen. Apropos Shop. Ich ziehe mich vorher nochmal um. Äh, diese Kostüme genau, die habe ich aus dem Gronkh-Shop. Äh, Gronkh.shop, ja. Äh, da gibt es diese Kostüme natürlich zu erwerben. Wahrscheinlich ausverkauft. Welche nehme ich denn diesmal? Oh, ich nehme mal das hier. Das gefällt mir sehr gut. So. Ich wünsche, die gäbe es im Gronkh-Shop. Aber ihr könnt ja trotzdem mal gucken. Die sehen schon ähnlich aus. So, warte. Ich will mich umsehen, bevor Bessi mit den Leichen in Jar Jaraya eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus. Tee-Trinker-Tratschen. Vielleicht bekommst du da mit, wer Jagd auf unsere Leute macht. Und was tust du? Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück, wenn du etwas erfährst. Gäste des Teehauses könnten Informationen haben. Oh, eine Scherbe. Bringen die Scherben überhaupt was? Also ich hole noch weiter Scherben, aber ich weiß halt gar nicht, ob die was bringen. Unten ist auch noch ein Artefakt. Entschuldigung. So, bitte, bitte. Sag mal. Hört auf zu warpen. Ich muss klauen. Wiedersehen. War schön mit euch. Tschüss. So, du hast genügend Artefakte. Das ist erfreulich. Aber leider werden wir gar nicht wieder. Diese Person sieht verdächtig aus. Oh. Das sehe ich mir mal an. Oh, die machen sich aber sehr... Moment. Noch eine Scherbe. Entschuldigung. Das habe ich nicht gewollt. Ach, die sind aber auch... Wow. Sehr empfindlich. Oh. Die sind immer noch im Fersen. Wow. Die eskalieren da komplett. Das ist ein... Es klingt immer wie Hörspielkassetten. Ja, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Das ist sehr gut beschrieben. So, okay. Wir haben aber beide Dinger geholt. Hier ist unser sehr diskretes, gut ins Setting passendes Pferd. Und wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Oh, warte. Ey, was soll das denn? Dem Schicksal entkommst du nicht! So redet man einfach normal. Auch die Arbeitskollegen morgens. Warte mal, komme ich da hoch? Ja, warte. Einmal hier raus. So. Ähm, hallo? Ach so, ich muss ja wieder ein Reindulchen. Ich kann hier nicht angreifen. So, warte. Hallo? Ist hier... Ah, ja, Reichtümer. Reichtümer. Hörspiele 1984. Ja, stimmt. Heute klingen die anders. Heute sind alle Protagonisten in Hörspielen ungefähr zwölf Jahre alt. Hallo, ich bin, äh, ich bin Victor Vanilla. Ich bin ein super Detektiv und ich habe schon 3000 Fälle gelöst. Morgen komme ich in die Vorschule. Das ist eher heute so. So, warte. Oder es kommt einem vor. Ich weiß es nicht. Oh, wunderschön. Es ist so wunderschön. Obwohl, das ist... Hier ist es mir so ländlich ein bisschen, ne? Ist ja so ländlich. Der Gewürzhändler Marc kann euch helfen? Der Kalif billigt diese Botschaft? Was? Ach so. Hm? Dann wisse, dass Jaffa im Harbiya noch nach Mietern sucht. Findet in unserer ruhmreichen Stadt für gerade einmal drei Darachime Monat Unterkunft. Hm? Für nur drei? Hm, 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 hm. Oh no. Oh nein. Nee, ich esse erst mal gerade. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Warte. Hm. Das muss das Teehaus sein, von dem Ali sprach. Hm, hm. Wie schmeckt ihr der Tee, Saidi? Er ist kalt. Bring mir eine Neun. Machen diesmal heiß. Ja, Saidi. Ich bitte tausendfach um Verzeihung. Ein Vortrag über Hausfälle. Überausfähige Sandsklaven verschwinden. Aber Versager wie du bleiben. Nein, schweig. Hol mir einfach meinen Tee. Das klingt ja wie ich privat. Hallo, mein Freund. Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst es, mich anzusprechen? Geh weg. Das bin ja Original-Ich. Hä? Vielleicht eine Münze, der Herr? Vielleicht kann eine Münze dich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Moment. Ja. Original-Ich, ja. Na gut, aber beeil dich. Oh, eine Münze, das ist eigentlich alles. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder, einer von diesen Aufständischen, hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali Ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor jemand Wichtiges sieht, wie ich mit jemandem wie dir rede. Ja. Eins zu eins. Schön. Freu mich über dieses Easter Egg. Oh. Ja, man. Oh. Ich geh mal schnell hoch, bevor die was merken. Ähm. Oh. Oh. Schatz geborgen, Rätsel? Okay, wir haben Rätsel gefunden, aber... Enthalt eine Karte oder Hinweise zu einem bestimmten Ort. Löse das Rätsel und geh zum angezeigten Ort. Um neue Montur, Farben und Talismane zu erhalten. Ah, okay, okay, okay. Gäste des Teehauses, aber so viele Gäste sind hier gar nicht mehr. Hilfe, hier oben liegt ein Toter. Aber ist das nicht das Teehaus? Guckt ihr es mal an. Wer hat den Korb umgeworfen? Ich weiß es genau, wer es war. So. Fokus. Hä? Ist hier noch Teehaus? Wer arbeitet und bearbeitet und was bekommt man? Nicht. Flucht der Sklaven. Ich verhandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Und dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Hm. Gleich bist du wieder nüchtern. Mhm. Genug, es geht mir besser. Ein Teehaus ist ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Hm. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht, sie werden nicht vermisst, sie sind verschwunden. Menschen verschwinden nicht einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Also dachtest du, du betrinkst dich in einem Teehaus? Naja. Ja. Och, mein Kopf. Erzähl bitte niemandem davon. Ich muss nach Hause und schlafen. Hm. Verschwundene Sklaven. Die Stimme passt null. Haben Leute damals auch, haben Leute damals auch über mich gesagt, als ich mich das erst mal vor der Kamera gezeigt habe. Warte. Ja, guten Tag. Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Ich könnte welche entfernen. Ja, Saidi. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe. Ah, ja. Ganz unauffällig. Ich folge unauffällig. Oh, jetzt einen guten Tee. Oh, jetzt einen guten Tee. Drei Jahre später. Wo ist denn der gute Tee? Ja, aber wo ist der gute Tee? Ich will den Tee haben. Tja, wir scheinen allein zu sein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist auch ziemlich aufregend. Ich sah deine rote Scherpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden. Von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch. Aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Na gut. Nachforschung öffnen. Ein Gehöft in der Wüste. Ja, so langsam. Hier haben wir, glaube ich, schon alles. Und das ist alles, was bleibt. Okay. Wenn wir uns ein bisschen konzentrieren. Wir kehren mal zu Ali zurück. Das heißt, die Sklaven hauen nicht einfach ab. Die verschwinden einfach auf mysteriöse Art und Weise. Oh, na gut. Wenn wir uns ein bisschen ranhalten. Die Seidenstraße. Der deutsche Fotograf, der deutsche Geograf, Ferdinand von Richthofen, prägte den Begriff der Seidenstraße im Jahr 1877, um das eurasische Netzwerk von Handelswegen von der Antike bis zum Mittelalter zu beschreiben. Obwohl der Begriff prägnant und wohlbekannt ist, ist er auch etwas irreführend. Es gab nie eine einzelne Straße, die China mit Europa verbunden hätte. Fast niemand reiste von einem, ups, Ende des Kontinents zum anderen und es wurden sehr viel mehr Waren transportiert als nur Seide. Einige geografische Gegebenheiten, der Himalaya, das Zagros-Gebirge, die Taklamakan-Wüste, gaben bestimmte Reisewege vor, aber wechselnde Wetterbedingungen und politische Spannungen zwangen die Reisenden oft dazu, von der geplanten Route abzuweichen. Die Länge von 12.000 Kilometern, eine zweijährige Reise, holy shit, bedeutete, dass nicht viele Menschen die gesamte Strecke zurücklegten. So entstand ein Heer von Mittelsmännern, die Waren austauschten, ohne selbst viel weiter als 50 Kilometer zu reisen. Ähnlich wie bei Siedlern, wenn ein Träger das zum nächsten Pfosten bringt und dann bringt der nächste Träger das rum und immer so etappenweise. Aber 50 Kilometer, das müssen sehr viele gewesen sein. Sehr, sehr viele. Glas aus Bagdad konnte so nach Korea kommen, ohne dass ein Händler aus Bagdad es begleitete. Der allgemeine Eindruck war der eines globalen Netzwerks, das die Landwege in Ost-, West- und Nord-Süd-Richtung mit den Seewegen auf dem Indischen Ozean verbannt. Bagdad, das über den Tigris mit dem Indischen Ozean verbunden war und unweit des wichtigsten Passes über das Zagros-Gebirge lag, hatte daher den idealen Standort, um von diesen Handelswegen zu profitieren. Das wusste auch der Gründer der Stadt, Kalif Al-Mansur. Er regierte 754 bis 775, der dem Historiker Al-Tabari aus dem 9. Jahrhundert zufolge bei der Gründung der Stadt erklärt hatte, hier ist der Tigris und nichts steht zwischen uns und China. Auf ihm wird alles kommen, was die See uns bringen kann. Und jetzt gucken wir uns mal schnell die Karte an. Die Karte der Seidenstraße, zeitgenössisch, von Ubisoft. Aha, mhm, mhm, mhm. Kann man aber nicht scrollen, ne? Nee, kann man nicht scrollen. Okay, krass. Man lernt hier echt ne Menge, ne? Voll geil. Ich bin froh, dass diese Sachen... Warte. Ich bin froh, dass wir die Sachen vorlesen. Auch wenn ich oftmals so... Oh, nicht schon wieder. Aber ich bin sehr froh darüber. Wir sollten das nicht tun. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein. Mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jarjarajah zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen. Sehen, wo das hinführt. Bessie und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Ali. Wir werden sehen. Folter. Machen genau die gleichen Methoden wie... Naja. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Ich schreite immer mit dem dramatischen Effekt. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Nachforschung. Ja genau, wenn wir die Guten sind, ist es gute Folter. Genau so halt. So, der Spitzel. Ich würde erstmal das Gehöft der Witwe besuchen. Ich möchte erstmal dem nachgehen. Eine Farm unweit des Teehauses. Der Sohn einer Zansch-Witwe ist wie die anderen verschwunden. Sie ist auf einem Gehöft westlich des Teehauses. Folgen wir erstmal dem. So. Und ganz kurz, wo ist denn hier das... Hier ist die Pferdestation. Ich würde mal ganz kurz eben mein Pferd tauschen. Hallo? Pferdemann? Ach, da drüben. Pferdemannfrau. Pferdemannfrau. Hallo. Pferdi. Ich kann mit dir nicht reden. Warum? Hallo? Ich würde gerne mit ihnen... Grand Theft Horse. So, erstmal. Um die Uhrzeit geschlossen. Aber die steht doch da rum. Achso, wir sind schon da. Ja, gut, dass wir das Pferd genommen haben. Das ist aber... So, warte, warte. Ach, wir sind schon da. Es hat sich einfach gar nicht gelohnt. Jalla, jalla, jalla. Los, los, los. Hü. Jalla hört sich viel besser an als Hü-Hot. Hm. Nicht auch noch mein Sohn. Ich darf ihn nicht auch noch verlieren. Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Nein, er ist fort. Ich hatte nicht mal Gelegenheit, Blumen für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Hier bin ich richtig. Arme Frau. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Ohne Kontext, schwierige Aussage. Das... Ja, okay, wir wissen ja zum Glück, worum es geht. Äh, hallo, hallo, gnädigse. Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht, wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren. und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte. Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir oft Felsenlippe von unterwegs mit. Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Wow. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Wo kommt das denn noch von mir her? So. Okay. Und sie, äh, Felsenlippe, warte. Ganz kurz, warte. So, dann wollen wir mal. Palmen hat... Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Dürfen die Blumen auch knusprig sein? Ist das okay? Ich, ähm, habe das Gefühl, hier hat irgendjemand... Wir waren es diesmal nicht, ich schwöre. Hier hat der Mann also mal Blumen gepflückt. Da hat immer jemand einen sehr großen Hass geschoben. Hier sieht's wie jedes... Hier sieht's aus wie jedes Dorf, das wir in Valhalla hinter uns gelassen haben. Ach, aber den Blumen geht's gut. Da bin ich ja beruhigt. Hä? Halt mal die Schnauze, Schlange. Wo kommen die Schlangen auf einmal her? Oh, hier ist ein Grab. Aber... Ist denn... Er geht nicht auf... Er pflückt aber die Blumen... Kein Wort hier rüber? Was? Aber... Hä? Aber wir haben doch... Hä? Hier ist doch... Das muss man doch zumindest mal... Eines Kommentars würdigen. Und dann sagen... Oh Mann, hey. Das ist nicht so gut. Dinge sollten nicht so niedergebrannt aussehen. Vielleicht Kurzschluss. Oh. Die arme Witwe. Sicher brauchst du jetzt Geld nicht mehr. Sind jetzt zwei Mäuler weniger zu stopfen. Entschuldigung, manchmal... Seit dem Katzenzwischenfall ist alles verloren. So. Ich bringe dir die Blumen. Und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich hab mir schon bedient. Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jarjaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Hm. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. Vielleicht ein niedergebranntes Haus dahinten. Eventuell. So, Fußspuren. Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Naja, das ist schon mal eine gute Idee. Wir könnten aber auch ins Haus gehen und uns mal umsehen. Aber wir folgen offenbar den Fußspuren. Oh, das wollte ich gar nicht. Warte. Diese Schriftrolle, die werden wir uns auch noch zu Gemüte führen. Ist keine Schriftrolle. Aber wir beklauen die arme Witwe nochmal. Okay, cool. Na dann. Yalla, yalla. Zum Glück haben die alle paar Meter ordentliche Fußspuren hinterlassen. Und das hier ist nicht interessant. Okay. Oh, cool. Hier sind aber viele Spuren. Ja. Die Spur führt zu diesem kleinen Gebäude. Ich muss einen Weg hineinfinden. Oh nein, die Tür ist verriegelt. Hier kann ich nichts anfangen. Ich schaue mich einmal um. Na, sieh mal einer an. Ein Rätsel. Oh. Na, sieh mal einer an. Doch kein Rätsel. Interagieren. Kaum noch Öl. Er hat noch spät gearbeitet. Aber was hat der Sohn hier gemacht? Ein Brief. Er erwähnt einen Hof in der Nähe. Brief des Sohnes. Ich habe Söldner auf diesem Hof ein- und ausgehen sehen. Sie müssen es gewesen sein, die Vater und die anderen geholt haben. Ich gehe heute Abend nachsehen. Ich lasse diese Nachricht hier für den Fall, dass ich auch geschnappt werde. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorche, Mutter. Aber Bezhi hat recht. Wir müssen kämpfen. Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Oder ich komme auch nicht mehr zurück. Ich gehe hier. Ich schaue. Okay. Yeah. Yeah. Ja. po schubbern und irgendwo drei ortschaften weiter treffen sich der sohn der vater und alle leute die gesucht haben in der kneipe und lachen herzlich gemeinsam die arme frau ich fand einen brief deines sohnes er wollte nach den männern suchen die seinen vater holten er erwähnte ein gehöft in der nähe weißt du was er damit meinte dohanshof da wimmelt es von söldnern wenn er da hingegangen ist bitte finde meinen sohn wenn er lebt dann bekommst du ihn zurück du hast mein wort ich muss ali bescheid sagen aber vorher suche ich noch den spitzel fall geschlossen gehöft der witwe so rums die bums dogens gehöft dogen dogan also details gehöft mit einer villa in der nähe auf diesem gehöft verhört dogen bis dogen bin aslan der jäger der aufständischen sklaven die er für aufständische hält wir können nicht markieren wieso können wir es nicht markieren wir müssen erstmal hier verfolgen erstmal den spitze tagsüber oh nein es wird dunkel warte der hafen ist gleich da drüben ich nehme kein pferd wir sind ja gleich da das ist ja super easy warte dogen wird doan ausgesprochen doan ja wie gesagt wenn ich sachen falsch ausspreche bitte seht mir nach das ist der hafen der spitze muss hier irgendwo sein das wird hier immer mal wieder passieren dass ich sachen falsch ausspreche ich mache es völlig absichtlich und aus reiner bosheit zeit wofür frage ich mich ich sollte ihm folgen aber er darf mich nicht sehen ich sehe dich dann leite mich zu dem was ich wirklich suche leite mich lieber spitze leite mich zu dem was ich bin ganz ruhig ich bin ganz ruhig ich bin ganz ruhig sehr unauffällig ich bin mega unauffällig wie ich schleiche ich bin mega unauffällig wie ich schleiche aha 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 und was tut er und das war sehr überfügig ich bin mega Laute, 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 laute. Jetzt Ruhe. Was hast du für mich? Ich hoffe, da geht es nirgends rein. Die beiden haben Informationen für jemanden namens Dohan bin Aschlan gesammelt. Dohans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu Ali zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Das hat alles sehr gut funktioniert. Bin sehr zufrieden. Sehr, sehr schön. Keiner ist gestorben, kein Alarm, kein dritter Weltkrieg ausgebrochen, keine fünf Sterne, keine Poster abreißen. Sehr gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017